Dynamo TV wird präsentiert von Verticales, der Spezialist für seilunterstützte Höhenarbeit, Industrieklettern und Höhenrettung. Hallo liebe Dynamo-Fans, die nächsten zwei Heimspiele sind zwei wichtige Duelle für uns. Zum einen gegen Heidenheim und dann gegen Darmstadt und eure Unterstützung ist einem brutal wichtig. Deshalb hoffen wir auch, dass wir in diesen zwei Spielen zahlreich auf eure Unterstützung zählen können. Wir brauchen euch im Rücken und deswegen haben wir uns überlegt, eine Rabattaktion zu starten. Kauft für beide Spiele ein Ticket und sichert euch somit den Rabatt. Ich freue mich auf euer Kommen und bis bald. Nimmt's weh. 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 Nimmt's weh.